ahoy liebe zuckerfreunde und herzlich willkommen zurück zu battle brothers ja dieses ding hier mit diesem leader drin ich werde es einfach machen vielleicht ist die letzte folge ich hoffe es nicht wir versuchen es einfach kurz noch mal gucken ob hier alle richtig ausgerüstet sind der hier ist etwas angeschlagen wird wahrscheinlich beim ersten marksman hit drauf gehen sie vielleicht tausche ich die beiden einfach so wenig sind entsteht doch irgendwas sinnvolles machen eben geben wir mal das teil na gut was soll es besser wird es nicht brigand leader schauen wir mal sind zum glück nur sieben leute ja 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 langsam vor mit so vielen schilden oben wie möglich ok wo ist der marksman da ist der max man ok wo sind der leader die ich noch gar nicht den beide die schilder oben warten wir erst mal vielleicht nehmen sie noch runter und da hat es unten jetzt oder das bei der leader ja ja da ist der leader eine schöne waffe die hätte ich natürlich gern hier ist es mal getroffen doch schon mal was wir haben alle ihre wurfe extra ausgenommen jetzt weniger cool ist ist so nicht dahin gehen kann ich nicht mehr zuschlagen das ist blöd ich lieber dahin schild beide wieder oben wollte ich einfach vor ok er wird wohl drauf gehen so viel kann man denke ich schon sagen so Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Mist. Ich habe da Lieder getroffen. King Torwald. Schön. Gut. Splitshield, schade. 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 Okay, das war auch gut. Okay, der früchtet, sehr schön. Okay. Hmm. Okay. 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 Ich treffen würde, wäre das ziemlich hilfreich. weg mit dir unglaublich okay den hab ich erwischt zwar richtig erwischt hm Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann, naja, du bleibst hier. Du bist auch da. Das war hilfreich. Das auch. Das ist nicht so. Okay. Komm, macht der Leader jetzt alle? Okay. 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 Der ist da jetzt umgefallen. Okay. Okay. Oder? Und jetzt gib ihm den Rest. Jawohl. Dann flüchtet der nämlich auch. Sehr gut. Sehr gut. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Naja. Mal Salz. Hätte eigentlich ein bisschen besser ausfallen können. Eigentlich ein bisschen enttäuscht von dem Loot. Aber whatever. Hier gab es wieder ein paar Levels. So, er hat Level 7. 76, ist schon mal nicht schlecht. Cancel. Wir wollen ja noch einen neuen Sergeant. Ich denke, da ist er der Beste. Ready the Troops. Ja, das Ding. Das Ding. Darf nach hinten in die Reihe. So, dann nehmen wir dich mal. Six. Station hast du schon. Dann kriegst du jetzt. die brauchst du auch schon dann kriegst du footwork ok level up du hast noch kein steel pro Ferdinand hört auf einsatz zu würfeln Leute, hört auf einsatz zu würfeln 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 und der ist Schrott hier, Ludolf find ich auch Schrott, oder? ja, da ist noch mehr Schrott als der andere ich glaub die beiden feuer ich auch hm ja, da ist noch mehr Schrott, oder? 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 greatsword mhm 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 hast du auch ein speer okay gut kann man mal rangehen vom line up her jetzt bin ich noch königshafen ich hoffe mal da ist jetzt groß ein cashen gut habe ich gefunden da anscheinend aber tools sind alle okay das ist gut rot hatte die roten erst mal da unten der aber der ist wirklich schrott ich glaube den schmeiß ich direkt raus tschüss 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 tschüss